Wir versuchen mit dem neuen Schwerpunkt in der HLB Computer Science Management etwas Neues zu machen und zwar versuchen wir einen neuen Schwerpunkt zu etablieren, der, wie es für die HLB typisch ist, Mädchen ansprechen soll und zwar Berufe auszubilden, die sie nicht typischerweise ergreifen, wie uns die Statistik lehrt, nämlich in den Bereichen IT, Naturwissenschaften und Technik, wo wenig Frauen zu finden sind. Wir fordern allerdings die Technik zu den Mädchen bringen, das heißt wir wollen in der HLB, die typischerweise Mädchen anspricht, technische Inhalte auch vermitteln. Wir wollen dabei allerdings nicht auf die Burschen vergessen und wollen ganz im Zeichen von Gender Mainstreaming ko-edukativ hier unser Programm durchziehen. Mein Name ist Dominik Löchler, ich bin 14 Jahre alt und seit gut zwei Monaten Schüler im neuen Schulzweig CSM an den Hertha-Firnberg-Schulen für Wirtschaft und Tourismus. Mein Name ist Estina Wohlraub, ich bin ebenfalls 14 Jahre alt und so wie der Dominik, das ist übrigens seit September den neuen Zweig Computer Science Management. Was genau hat dich dazu bewegte, den Zweig auszuspielen? Also meine Gründe waren auf jeden Fall die Spezialisierung auf Naturwissenschaften, da ich ein Fan von Chemie, Biologie und Physik bin, aber auch die technische Ausbildung und die spezielle Kooperation im Technikumbien. Und wie gefällt dir der Unterricht am Technikum? Also vom Unterricht am Technikum bin ich total begeistert, weil ich mir nie erwartet hätte, dass ich irgendwann lerne, Roboter zu programmieren oder Webseiten zu erstellen, womit ich mich auch wirklich sehr identifizieren kann, weil es doch auch etwas ins Kreative geht. Welche Vorteile erwartest du dir von dieser Ausbildung? Also, diese Ausbildung bietet mir auf jeden Fall ein gutes Basiswissen für mein späteres Studium, nämlich medizinische Informatik. Was mir hier auch zugute kommt, ist auf jeden Fall das Fach Ernährungslehre auf biologischer Basis. Was hat dich dazu bewegt, den Zweig zu lösen? Mich persönlich hat der Zweig angesprochen, da ich von Natur aus mich sehr für die Technik und für die wissenschaftlichen Fächer sehr interessiere, was in diesem Zweig sehr gefördert wird. Zudem haben wir noch eine Ausbildung am Technikum Wien, was einem normalerweise erst nach der Matura zur Verfügung steht. Was genau definiert den Zweig? Den Zweig definiert die Kooperation mit der Fachhochschule Technikum Wien, Englisch als Arbeitssprache und die Verbindung von Naturwissenschaften und den praktischen Berufen mit Technik. Und was genau erwartest du dir von dem Zweig? Ich erwarte mir von dem Zweig die technischen Grundvoraussetzungen für ein Studium an einem Games College in Deutschland. Wir gucken wen zum Zweig auch ein Hässertes, über Zag in St. Wist geh zur crafts сдmenten Wir gucken euch jetzt fest. und weentend 1-8-5-2. Und dann ruf. Untertitelung des ZDF, 2020